Hallo und herzlich willkommen hier auf mein Knappig. Glück oder Können. Win is win. Ich begrüße euch hier. Ob Glück oder Können. Richtig, wir spielen heute am Freitag Warzone. Wird es gut? Nein. Wird es lang? Nein. Könnt ihr lachen? Ja, also bleibt dran und los geht's. Ah ok, los geht's, los geht's. Ab in den super geilen Ansporter. Ich will jetzt Bombers sagen, ich weiß nicht warum, aber egal. Ja man, so sieht der aus. Und jetzt raus hier, raus hier, raus hier. Absprung? Ja, bei 3. Nein. Hä, wieso wird... Was ist das denn? Hä, wieso war da eine Granate? Was ist das denn? Wie konnte man da eine Granate zügen? What the fuck? Ey, wenn das schon so anfängt, dass es schon hier vorne, also hier oben der Luft anfängt zu backen. Ähm, sehr schön. Ich liebe es. Ach Mensch, Activision, ehrlich. Traurig, traurig. Okay, wo geh ich runter? Ich weiß es nicht, aber... Mal gucken. Bleib sowieso nicht lang am Leben, passt schon. Was ich jetzt habe, den Fallschirm ziehen? Oh scheiße, hier geht noch mehr runter. Ähm... Sehr gut. Bin ich der Einzige, die runter geht? Das heißt... Wichtig, kurze Runde. Oh... Nein, ich habe gezogen. Ich habe gezogen. Was war das denn? Ich habe den Fallschirm gezogen. Aber schön wie das Leck, ne? Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wir gucken uns mal die Einmaschine Gulag an, weil das war jetzt gerade enttäuscht. Hier drinnen, glaubst du, um wiederzuleben. Kein Problem, Bro. Alles schon heftig, ey. Diese Juggernaut-Rüstung und dann diese großen Miniguns. Oh mein Gott, ey. Ja, okay, mal gucken. Ah, sie sind gleich drinnen. Und alleine. Ja, okay, aber hey. Ich habe eine Billson, also kein Problem. Okay, mal gucken, ob ich den kriege. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Also sehen wir uns so gleich wieder. Also ich glaube, ich treffe besser, aber irgendwie hat sie noch die Panzerung noch. Ja, ich bin wieder drin, ist auch kein Problem. Okay, ich muss sagen, die Gegner sind aber auch sehr, sehr viel schlechter als ich. Das war ja nicht mal so, dass ich gut bin, sondern die Gegner sind einfach sehr. Ja, ich habe doch gezogen, ist doch A-Fallschirm. Ich habe A gedrückt, war das so nah am Boden, dass er nicht darauf reagiert hat? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist total ärgerlich. Aber egal, wir haben die Gulag einmal gesehen komplett und haben überlebt. Ich versuche mal da hinten hin zu fliegen, da, wo mein Punkt drauf zeigt. Ich habe keine Ahnung, ob das schön da hinten ist, aber was soll ich sagen? Es ist ein sehr spannendes Game. Aber ich habe doch A gedrückt, das war wohl zu nah am Boden oder was? Ja klar, da unten ist die Anzeige für Boden, dann fehlt das nicht mehr. War ich wirklich so tief unten? Also selbst jetzt sehe ich ja, dass wir in den roten Balken bis zum Boden sind. Es kann wirklich sein, dass es einfach zu tief war und deswegen zählt das nicht. War das gerade ein Insekt oder ein Heli? Ah, Vögel, also bestimmt ein Insekt. Ein Insektuide. Nein, 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 nein. Okay, okay, wo bist du, wo bist du? Ja, ey, Alter. Ich habe eben noch ein bisschen abgeräumt und jetzt gehe ich auf die Schnauze. Beziehungsweise jetzt triffe ich auf einmal gar nichts. Oh, ey, das leckt so minimal, ey. Ich verstehe auch nicht, was es ist. Ja, meine Grafiker ist einfach zu schwach und ja, mein PC ist zu schwach. Natürlich, klar. Was ist das denn? Wie geht das? Hä? Wieso habe ich denn beide in der Hand? Wie lange war ich denn weg? Hä? Ich bin jetzt gerade geistig verwirrt. Seit wann geht denn das? Das sieht ja auch cool. Ah, hä? Wieso geht es hier? Ich frage dich, warum das eben ging und warum es jetzt nicht geht und so. Aber egal. Ist halt eben nur, 1911, oder? Oder? Oh, hä? Wie sagt der jetzt beides? Hä? Hauptsicht sieht es ja geil aus, aber warum geht das? Weil ich an der Tür stand? Ich habe keinen am Plan, jetzt ehrlich, ey. Okay, pass auf, wir sehen uns beim nächsten Kontakt wieder. Sonst dauert es einfach viel. Oh. Oh. Ja, ich möchte die Pistol bald irgendwie... Wie geht das? Fällt das mir echt gut mit der Pistol? Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber ich glaube, es ist am 1911. So. Hä? Wie komme ich denn runter? Nehme mal den großen Weg. Nee, ich weiß nicht, wo ich bin. Hau, mein Bein. Oh, komm zu, der war. Hinter der Tür. Ach, komm schon. So, beim zweiten Mal bitte, ohne auf dem Boden aufzuklatschen, bitte vorher die Reißlein ziehen. Ja, ich versuche es. Das war ein bisschen peinlich. Ich ziehe jetzt mal die Reißlein und lasse sie auch. Mal gucken, ob ich hier irgendwo runtergehe, wie viele Leute hier runtergehen, wie lange das Video wird. Ob ich gleich wieder nach einer Minute sterbe, aber jetzt ohne Scheiß. Ich habe es heute noch gar nicht gerafft. Das war, glaube ich, die einzige Tür, die vorher schon auf war. Normal habe ich die Türen geöffnet. Ich habe es auch gar nicht gerafft, ey. Da musste ja jemand drin sein. Die Tür war ja auf und die anderen waren zu. Ich war so unkonzentriert, habe das gar nicht gerafft oder infrage gestellt. Warum ist da die Tür auf? Warum, warum nicht so komisch? Ah, ich lande auf dem Stuhl. Komm, ja, nein, daneben. Oh, Waffe. Eine Waffe. Ja, mit der kann ich auch umgehen. Kein Problem. Die benutze ich auch am Zug. Ist ja alles nur die M4 als Aufbau. Aber passt schon. Ist nicht schlimm, würde ich sagen. Hausschuhe. Ich kann sagen, hier ist ja gar nichts, ey. Aber in der Küche sind wir jetzt ein bisschen Geld und Munition. So gehört sich das. Damit wird gekocht. Ich dachte schon. Nix, ey. Keine Panzerplatte, gar nichts. Ich sterbe gleich komplett unvorbereitet. Ich bin auch mal mit. Kann man vielleicht gebrauchen. Den Gas. Ah, Panzerplatte. Da habe ich noch eine Reserve. Kein Problem. Nee. Also ich bin jetzt extrem geistig verwirrt. Werden wir jetzt bei Fortnite, würde ich das öffnen. Geht nicht. Wir sehen uns beim nächsten Kontakt wieder oder so. Oh, ja, ne. Mal gucken. Also wenn ich gleich von hinten im Rücken schaue, weil ich so eine blöde Mission angefangen habe. Würde mich jetzt nicht wundern. Ich höre überall jemand. Ich sehe nur keinen. Da geht man, ey. Nicht noch wieder. Ich konnte nicht schießen. Ey, ohne Scheiß. Ich konnte nicht schießen. Ey, das kann doch nicht sein, dass da jemand... Mann. Ich hasse wohl so einen Scheiß. Warum spielt es dann? Ja, weil es gibt Leute, die mögen das. Vielleicht auch auf meinem Kanal. Hä? Hä? Ey, ich komme sogar noch mal rein. Ja, Mann. Ich bin der King, Alter. Der sucht mich und ich laufe ihn hinterher. Okay, wir versuchen es natürlich noch ein bisschen. Mal gucken, wenn ich dann mal in Kontakt komme. Aber das ärgert mich so sehr. Ich mache so eine blöde Mission. Da so ein Safe noch angezeigt. Das war ja die Mission. Oder es war ja so eine Mission. Und dann kacke ich nur noch ab, ey. Ich laufe als jemanden voll rein. Also jetzt ohne Scheiß. So blöd wie ich kann man doch nicht sein, oder? Ja, Fenster war ganz. Ja, habe ich mir nichts beigedacht. Ja, warum auch? Aber dass ich dann so ein einfacher Kill für die Leute bin, ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich gucke mal, ob hier was ist. Aber ich glaube nicht. Okay, eine Ablaufmaschine. What the fuck? Okay, hier ist schon mal gar nichts. Finde ich echt gut. Nee, das stimmt doch gar nicht. Wo denn? Wo denn? Achso. Okay. Nicht gerade in meiner Nähe, aber okay. Ich versuche mal. So batscht euch die Scheibe durch. Ah, hier ist noch was. Nehme ich mit? Ja. Wo macht der das? Jetzt mal ohne Scheiß. Seit wann macht der das? Ich spiele ja auch alle Jubeljahre. Genau. Warzone. Und brennt es hier? Okay. Ich sage, wir sehen uns in der Zone und beim nächsten Kontakt wieder, beziehungsweise wenn ich sterbe. Genau, das habe ich gar nicht gemacht, aber ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Das ist ein Fahrzeug. Nein. Nicht überfahren. Nein. Nicht überfahren. Ey, komm schon. Ach komm. Ich habe keinen Bock mehr auf so ein ehrlich. Ja, natürlich. Der Stein hätte ihn noch gar nicht auf. Und ich hatte eine Panzerplatte. Ich hatte keine. Ja, Trupp eliminiert. Danke. Platzierung 67. Wow. So. Okay. Ihr seht ein ganz anderes Skin. Ich bin schon in Mehrspieler Modern Warfare drin. In Team Deadmatch. Aber egal. Damit wisst ihr Bescheid. Heute, 1930. Team Deadmatch. Modern Warfare 2. Nehme ich gleich hier nach auf. Soll ich sagen? Boah, so. Ich hate dich. Ich hasse dich. Du bist kein Freund von mir. Und ja, ich bin jetzt mal hinterrücks getötet worden in allen drei Versuchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Schreibt es die Glocke. Liked die Videos. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und freut euch um 19.30 Uhr auf Modern Warfare 2. Keine Ahnung, es um 18.30 Uhr kommt. Auf jeden Fall ist Freitag, Wochenende. Party Time. Ich bin hier mit raus. Hab Glück oder Können. Da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020